Wer sind Sie denn, Monsieur, wenn ich fragen darf? Wir haben uns schon gesehen, ich weiss aber ich weiss gar nicht Ihren Namen. Oh, entschuldigt Sie, das weiss gar nicht meine Absicht. Das geht, ja. So einen Eindruck wollte ich jetzt gar nicht machen. Mein Name ist Eddie Bandlein, ich bin Sheriff von Blackwater. Ah, wunderbar. Ja, Sie sind doch die Sheriff, die mich mal über den Haufen geritten hat und ein paar andere, genau, ja, jetzt. Das kann gut sein, wissen Sie, wie viele Leute ich tagtäglich über den Haufen reite? Ja, ich dachte mir da schon, dass, ja, das sah gekonnt aus, das werden Sie, Julef, das machen. Ja, das war in dem Fall keine Absicht. In den meisten Fällen ist es keine Absicht. Ich gebe es zumindest zum Protokoll, dass es keine Absicht gewesen ist. Sie verstehen? Ja, 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 alles klar. Ja, 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 ja. Nein, aber schön, Ihre, oh, Miss, äh. Blanc. Oh, den Namen habe ich schon mal irgendwo gehört. Wahnsinn, ich muss immer meine Akten durchgehen, ob ich nicht eine Anzeige kenne, die sie im Laufen habe. No, 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 ich bin ja nicht sehr. Oh, das sagt mir aber irgendwas. Wenn Sie rauchen, dann wahrscheinlich haben Sie den Namen bestimmt schon gelesen. Ja, ja, klar. Ja, jetzt warten Sie mal, was ist Miss Blanc. Ei, 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 jetzt kommt es. Jetzt kommt alles ans Licht. Ja, 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 die dunkelsten Seiten meiner Existenz. No, ich habe mich noch nicht erwischen lassen, da dürft ihr eigentlich stehen. Ja. Hier, ich habe was gefunden. Miss Blanc. Angezeigt worden wegen unverschämter Schönheit. Was? Ui. Die kleine Charme, hört sie. Die kleine Charme, hört sie. Die kleine Charme, hört sie. keeper ist ja voll. Die kleine Charme.